Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. Man freut sich über jeden Sieg, auch in einem Freundschaftsspiel. Ja, denke ich auch. Erfolgserlebnisse nimmt man immer gerne mit. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Bewohnung für seinen Klasseauftritt. Und David Silva, der konnte heute kein Tor erzielen. Einen Treffer hat er aber vorbereitet. Er schießt. Ball bei David Silva. Der Bräune, er zieht ab. Du stehst ganz kurz mal zur Eie getroffen. Was macht den Holländer für dich aus? Und er schießt. Vielleicht schaffen sie jetzt den Ausgleich. David Silva mit der Ecke. Er schießt. Torluzo! Applaus Applaus